Was ist das, was wir hier heute erleben? Ja, wir haben ja ein Jahr der Bibel, beide großen Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche zusammen, ein Jahr der Bibel ausgerufen. Und wir werden heute hier erleben, dass wir eine Hannover Bibel abschreiben. Das heißt, die Stadt Hannover hat ein Projekt initiiert. Da durfte ich dabei sein, das Erarbeiten dieses Projektes begleiten. Und so macht auch der Kirchenkreis Burgdorf an diesem Projekt mit. Und haben wir heute also eine Aktion und viele werden kommen und abschreiben. Unter anderem auch die Ministerin für Soziales, Frau Dr. von der Leyen und Herr Dr. Albrecht, werden gemeinsam heute eine Seite aus der Bibel hier abschreiben. Ich freue mich, dass Sie das hier tun, denn Sie haben eine große Verbindung zu dieser Kirche. Sie haben hier viele Gottesdienste gefeiert, schöne Gottesdienste, aber auch traurige. Und Sie haben sie beide gerne gesagt, jawohl, da machen wir mit und unterstützen diese Aktion, um damit auch noch andere einzuladen, hier dann eine Seite der Bibel abzuschreiben. Wenn Sie die schönen Seiten sagen, ist es die Hochzeit von Frau Dr. Leyen und die Trauer, eben, dass die Mutter hier beerdigt wird und beigesetzt. Die Trauerfeier hier in dieser Kirche, ganz genau. Frau Dr. Albrecht war lange Jahre, sogar 18 Jahre im Kirchenvorstand? Ja, eine wunderbare Kirchenvorsteherin. Ich weiß, das war nicht aus eigener Anschauung, aber aus vielen Erzählungen. Und man erinnert sich gerne an sie und sie hat sehr viel bewegt in dieser Gemeinde. Sie fehlt uns einfach, muss man so sagen. Mit ihrem ganzen Enthusiasmus, den sie immer aufgebracht hat für Dinge, hier zur Gestaltung auch beigetragen hat, das fehlt. Burgdorfer Wissens und Wissender ist auch zu schätzen. Jetzt noch einmal zu unserer Bibel zurück. Sie sagten, wer alles wird sich mit daran beteiligen, die Kirchengemeinden? Also es sind vor allen Dingen Stadtgemeinden. Schön, dass Sie das Prospekt hier gerade haben. Die Hannover Bibel sind natürlich die Stadtgemeinden in Hannover und als einzige in der Region vorhandene Gemeinde beteiligt sich dann Burgdorf, aber auch der Kirchenkreis, verschiedene Gemeinden im Kirchenkreis. Das Lehrte hat sich schon beteiligt, Ehlershausen, Ütze, aber auch andere Kirchengemeinden, Heimer, Obershagen, glaube ich, wird noch mitmachen, sodass wir ganz viele unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger haben, die dann einige Verse der Bibel abschreiben und so eine schöne, große Bibel mitgestalten mit jeder persönlichen Handschrift. Ich weiß, aus Erfahrung, also es ist sehr, sehr schön, mit dabei zu sein. Ja, ich weiß ja, dass Sie auch schon abgeschrieben haben. Da können wir nur sagen, wenn Sie das so deutlich machen, dass auch andere vielleicht Lust bekommen, zu sagen, ja, da mache ich mit, da schreibe ich auch eine Seite ab und beteiligen sich. Das geht übrigens so, dass wir mittwochs immer von 11 bis 17 Uhr hier in der Kirche das Schreiben vollziehen können oder auch einfach bei mir in der Superintendentur melden. Das geht auch, wenn die Bürozeiten sind, da kann man sich auch da in Ruhe hinsetzen und einige Verse abschreiben. Das ist kein Problem. Herzliche Einladung dazu. Sehr schönes Schlusswort. Das Ganze geht noch bis November und in den Druck wird es kommen? Ja, es soll dann Ende November schon losgehen mit dem Druck, sodass es Weihnachten vorliegt. Das ist natürlich als Geschenkgabe gedacht, wenn man selbst mit drin ist oder jetzt jemanden schenken möchte. Es ist ja auch ein schönes Dokument der Zeitgeschichte, weil eben ganz unterschiedliche Leute da mitgeschrieben haben, je mit ihrer persönlichen Handschrift und ihrem Namenszug. Das glaube ich dann auch später mal ganz schön zu gucken, wer war denn alles so dabei. Vielleicht sind Sie auch dabei. Das ist ja auch wieder. Ich durfte den 1. Korinther 12, die Verse 5 bis 7 abschreiben. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Und in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Ja, und bei mir ist es auch der 1. Korinther 11, Zeilen 23 bis 25. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Frau Dr. von der Leyen, ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. Wie haben Sie das empfunden, wenn man handschriftlich die Bibel schreibt? Was geht in einem vor? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war richtig aufgeregt und ehrfürchtig. Man hat ein wunderschönes Blatt vor sich. Ich habe zum ersten Mal einen Bibeltext abgeschrieben und da nimmt man die Worte viel genauer wahr, weil man sich sehr konzentriert, richtig zu schreiben, aber auch den Sinn des Textes erfasst man viel intensiver. Und da wir nun die Ministerin zu Gast haben, wie sieht Ihre Aufgabengebiet aus und wie sieht es für die Zukunft aus? Es war in dem Bibeltext ganz schön zusammengefasst, was ich auch mitnehme für meine Arbeit. Man hat verschiedene Gaben, verschiedene Ämter, verschiedene Kräfte. In allem wirkt ein Herr, ein Gott. Aber, was auch sehr schön war, einer der Sätze, die ich abschreiben durfte, beinhaltete, wir alle bringen diese verschiedenen Gaben, Ämter, Kräfte ein zum Nutzen aller. Mein Amt ist im Augenblick schwierig, weil wir in ausgesprochen schwierigen finanziellen Verhältnissen sind. Das heißt aber auch, ich muss meine Kraft und mein Amt einsetzen für die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, wenn sie in Not sind und dann auch konsequent sein und sagen, bei denen, wo Gelder versacken, wenn ein Bürokratiegeld hängen bleibt, da müssen wir aufräumen, damit wir Geld, das knappe Geld haben für die, die das Geld brauchen. Sehr schön gesagt. Und jetzt hätte ich noch mal gerne für die Zukunft. Sie werden sehr, sehr, sehr gut immer beschrieben mit Ihrer Arbeit und viele hoffen, dass es eventuell auch einmal eine Bundeskanzlerin in Zukunft gibt. Das ist sehr charmant, dass Sie das sagen. Glücklicherweise habe ich sieben zauberhafte Kinder in einem Dörfchen vor Hannover, die mich dringend brauchen und dabei verlassen wir es mal. Ich bin eine glückliche Landesministerin. Ich habe die große Freude, einen tollen Chef zu haben, den MP Wulff und ein gutes Kabinett. Und ich denke, ich sollte mich jetzt auf meine Aufgaben hier konzentrieren. Das wünschen wir Ihnen auch und dass alles gut gelingt, aber für die Zukunft noch viel, viel mehr Erfolg. Danke vielmals. Dankeschön. 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 Danke. In der ist Frau, meine Kindheit, in allen Leiden, O du süßer Jesus Christ, durch dich wir haben, himmlische Garten, Wo der wahre Heiland ist Gibt es von Schanden, Gibt es von Wanden Wer mir vertraut hat wohl gebraut Er geht in Bleiben, Alleluia Er geht in Bleiben, Alleluia